Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gerade das Auto geputzt. Es geht nämlich bald wieder zurück. Und es gibt ein neues Leasingfahrzeug. Total toll. Ich liebe Auto putzen. Was mich doch sehr erquickt, muss ich ganz ehrlich sagen, es wird jetzt sowas wie Sommer. Es scheint die Sonne draußen. Das ist der absolute Wahnsinn. Schatz, ist dir das schon aufgefallen? Wir hatten heute früh 13 Grad. Ich hätte gern meinen Pool in Azur Blau. Ja, dann kaufen wir einen neuen. Oder neue Farbe. Ich krieg diesen Pool nicht unter Kontrolle. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Aber es ist auch egal. Ja, zumindest scheint endlich mal die Sonne. Vielleicht kommt ja mal der Sommer zurück. Es wäre ja wünschenswert. Bühne frei für das große Sommergrillen. Marktebund, seid ihr ready? Drei prominente Hitzköpfe. Voll auf Temperatur. Stell dir mal vor, ich gewinne gleich. Ihr Motto? Keine Angst vor glühenden Kohlen. Keine Angst vor dem Meister des offenen Feuers. Ich werde ihn so fertig machen. Wirklich. Wie blöd, haltet ihr mich? Ich hab so Bock zu gewinnen. Die neue Staffel. Grill den Henssler. Das Sommerspecial. Sonntag, 20.15 Uhr.